Für mehr Videos und Übungen zum Thema, klicke den Beschreibungslink. Guten Tag und herzlich willkommen. In diesem Video befassen wir uns noch einmal mit den Halogenen, den Elementen der siebten Hauptgruppe des Periodensystems der Elemente. Wir sprechen heute über Chlor, CL. Die Entdeckung des Chlors Chlor wurde 1774 entdeckt. Sein Entdecker war der schwedische Apotheker und Chemiker. Karl Wilhelm Scheele Scheele stellte Chlor aus Braunstein und Salzsäure her. MnO2 plus 4HCl reagieren zu MnCl2 plus 2H2O plus Cl2. Braunstein ist Mangan-4-Oxyd. Ein Reaktionsprodukt ist Mangan-2-Chlorid. Eigenschaften des Chlors Bei Chlor handelt es sich um ein typisches Nichtmetall. Bei Raumbedingungen ist Chlor ein Gas mit gelb-grüner Farbe. Verflüssigung Klicke jetzt einfach den Link im Beschreibungstext, schaue das komplette Video und löse die dazugehörigen Übungen.